Es gibt ja jetzt ein Spiel, was wir gewinnen können, das ist morgen 15.30 Uhr, wird das angefiffen. Und ich glaube, das sehen Sie wahrscheinlich ähnlich, dass es gut tun würde, wenn wir morgen das Spiel gewinnen würden. Oder? Ich kann nicht für Leverkusen sprechen. Ja, aber Sie sind ja Journalist, aber Sie würden doch so einschätzen, dass es gut wäre im Moment, wenn Leverkusen morgen ein Spiel gewinnen würde, oder nicht? Oder können Sie die Frage nicht beantworten? Als neutraler Mensch, sondern nicht aus Vereinssicht zumindest. Also welche Bedeutung hat denn für Sie persönlich dieses Spiel? Ich weiß nicht, wollen Sie mich irgendwie provozieren oder brauchen Sie noch irgendeinen Satz auf Ihrem Zettel? Also ich glaube, ich habe das fünfmal erklärt, das soll reichen.